Mein Name ist Fawkes. Einst half ich dabei, den Garten Eden auf diese Welt zu bringen. Es war ein Wunder. Die Leute konnten plötzlich wieder sauberes Wasser trinken. Was genau geht hier eigentlich vor? Ich war im Weltraum und habe mit einem anderen Helden gegen grüne Männchen gekämpft. Dann bin ich durch eine seltsame Maschine gelaufen. Als nächstes erinnere ich mich daran, wie ich im Vault 111 aufgewacht bin. Ich gehe keinen Schritt weiter, bis du mir nicht sagst, was hier los ist. Und ich will hier raus. Also begleite ich dich nun und dann sehen wir weiter. Was kann ich für dich tun, Soldat? Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Ich verhalte mich dir gegenüber neutral. Es ist deine Entscheidung, ob sich das zukünftig ändern wird. Was denkst du, wie es so läuft? Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die Dummheit unserer Feinde. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sonst erstmal nichts weiter. Fox steht dir gern zur Seite und reißt aus die Eigeweide. Bei meinem Anblick macht sich jeder in die Huss. Also auf zum Download und dann geht's los. Voraarsgården.